Wolltet ihr schon mal wissen, wie ihr eure Reports in der Firma viel besser aufbreiten könnt, als mit z.B. Microsoft Excel oder anderen Programmen? Oder habt ihr vielleicht schon von Power BI gehört und wollt jetzt genau wissen, was da dahinter ist, wie das Ganze funktioniert? Dann herzlich willkommen bei dieser sechsteiligen, aufeinander aufgebauten Serie über Power BI, wo ihr Step by Step erfahrt, wie ihr in Power BI vorgehen könnt, um damit eure Berichte aufbauen zu können. Ich zeige euch also im Prinzip, wie ihr aus solchen Quellen, wie diesen CSV-Files, z.B. Flat-Files oder auch aus Datenbanken oder aus Webfilen oder was auch immer, solche wie Bots und mehr bekommt, um eure Berichte besser auswerten zu können. Der erste Step in diesem Workflow wäre mal, dass man die Daten hineinlädt. Dazu hier mit dem Abruf, wenn ihr also Daten abruft, habt ihr die erste Möglichkeit, die Daten reinzuholen. Um das zu bewerkstelligen, wechselt ihr auf euer Programm. Es ist das sogenannte Power BI Desktop. Dieses Programm könnt ihr gratis unternehmen. Das erste wäre jetzt einmal, dass ihr hergeht und eure Daten hineinlädt. Das heißt, ihr überlegt euch, mit welchen Daten möchte ich diese sogenannte Datenmodelle aufbauen, um eben hier mit Power BI Post zu erstellen. Und das kann alles Mögliche sein. Und Power BI bitte euch hier die Möglichkeit hier oben, wenn ihr schaut, mit Daten abrufen, verschiedenste Daten hier in eure Power BI Berichte reinzuholen. Es geht jetzt über Excel, über SQL zum Beispiel, über CSV und noch über viel, viele mehr Datenquellen dahin, dass ihr hergehen könnt und aus verschiedensten Quellen eure Daten hineinladen könnt, was immer das auch ist. Und dann natürlich auch die Daten kombinieren könnt, also in Beziehung zueinander bringen könnt. Völlig egal, ob es jetzt verschiedene Datenquellen sind. Ihr baut hier quasi sozusagen ein Datenmodell auf, um darauf basierend, diese Berichte zu erstellen. Dann könnt ihr so hergehen und hier Dateien reinladen, CSV. Ihr könnt sogar ganze Ordner hineinladen, PDF, SharePoint Ordner, Datenbanksysteme. Also wenn ihr auf Datenbank geht, habt ihr die Möglichkeit, SQL, Access und so weiter und so fort. Es gibt hier oben sogar eine Suchleiste, wo ihr zum Beispiel SAP, Datenbank oder auch Google hineinladen könnt. Also die Quellenvielfalt ist bombastisch, was ihr reinladen könnt. Ich werde hier in diesen ersten Üblicks wieder mal ein CSV-Fall für euch hineinladen, damit ihr seht, wie ihr vorgehen könnt. Hier werde ich also ein CSV aus, klick auf verbinden und bewege mich einfach dorthin, wo mein Feil legt, wo ich eine Kundendatei rein mit Kundendaten. Und genau das ist der erste Step beim PowerQ. Das ist das erste mächtige Tool, was ich mache, um damit arbeiten zu können. Ihr könnt euch jetzt also hier verbinden zu diesem CSV-Feil hier, wenn ihr gleich schaut. Und jetzt geht man aber nicht aufladen, sondern man klickt hier unten auf Daten transformieren. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in die Quelle und sehen jetzt hier die Spalten. Das erste, was euch empfehlen würde, ihr das hierhergeht und die Datenquellentypen hier überprüft. Hier, okay, das passt Text, nun mal geht ihr nach rechts. Ihr seht, in der Vorschrift ist schon sauber, relativ sauber formatiert. Hier zum Beispiel sehe ich Börse, der da nicht richtig erkannt. Der Grund dafür ist, dass das US-Daten sind und die Amerikaner ja andere Landesdatum somat. Das zu dem Zweck muss ich hier bei diesem Fall jetzt hergehen und gehe auf die Optionen und wäre hier kurz einmal hier für dieses File hier sozusagen sagen, okay, ich würde so gerne jetzt hier umstellen auf US-Englisch, aufs Datumsformat, damit ich das dann richtig einladen kann, einlesen kann. Das wird jetzt wahrscheinlich bei euch in der Arbeit nicht so oft vorkommen, aber es kann vorkommen. Und damit die Vorbereitungszeit sind die aktuelle Datei, regionale Einstellungen, hier würde ich jetzt das Gebietschema in dem Fall einfach umstellen. Und dadurch wird es gleich richtig gemacht, denn wenn ich jetzt hier hergehe und hier oben kann ich mich umstellen auf den Datum und das bestätige, dass ich das auf das Datum haben möchte, dann wird das jetzt richtig dargestellt und kann damit quasi schon mal loslegen, dass ihr das hier jetzt die richtige Darstellung hier für die Datum. Das ist so, PowerQ ist euer Helfer, wenn ihr eure Daten, wie gesagt, vorbereiten wollt. Und die coole Nachricht ist, ihr habt das gleiche Tool auch eins zu eins im Excel-Aufbau. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr hier das auch im Excel machen, um die Votabellen zu erstellen. Der nächste Step, nachdem man die Formate gecheckt, ist sich zu überlegen, okay, auf was möchte ich verzichten. Der Punkt des Militär, wie man natürlich wissen, je weniger Spalten, ihr da reinladet in diesen Bericht dann, desto performant oder euer Bericht, weil natürlich weniger Daten zu verarbeiten hat. Das heißt, ihr geht jetzt in dieses Auge hinein und entscheidet für euch, okay, was brauche ich, was brauche ich nicht. Mein Tipp wäre hier, dass ich hier oben auf Spalten auswählen klick und einfach dann die Spalten abwählt, die ihr eben nachher im Bericht nicht benötigt und dadurch könnt ihr sozusagen schon mal dafür sorgen, dass euer Bericht wesentlich performanter wird, weil er eben jetzt das Ganze hier etwas reduziert. Das heißt, man geht jetzt hierher und die IT lasse ich. Ich werde mal hier verschiedene Wälder weg und diese brauche ich nicht. Die Kante, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das hier oben kommt. Das kann ich hier alles rausweisen. Das heißt, je mehr ihr abwählt, desto weniger habt ihr dann nachher im Bericht. Und, das lässig ist, ihr könnt aber jederzeit wieder hier zurückgehen, diese Abfrage zeigen wir auch dann gleich, wenn ihr draufkommt, dass ihr zum Beispiel doch wieder eine Spalte benötigt oder eine mehr rauslösen wollt, ihr könnt ihr jederzeit hin und her wächst, ihr werdet euch sehen. Das heißt, ich habe einige Spalten entfernt und dadurch wird das ganz schön etwas schlanker reduziert, aber das Ganze wird schon besser dargestellt. Dann könnt ihr diese Daten aber nicht nur jetzt Daten reduzieren, ihr könnt auch was erstellen. Wenn ich zum Beispiel hier, wenn ihr schaut, meine Kundennamen habe, die Vornamen und die Nachnamen. Ich bräuchte jetzt, sagen wir zum Beispiel, nur den vollen Namen meiner Kunden, einfach ausgeweitet. Dann könnte ich folgendes machen. Jetzt also hier dieses Powerfield zurück, ich markiere diese beiden Spalten und hier in der Karte transformieren, hier oben, ich gehe auf Spalten zusammenfüllen. Spalten zusammenfüllen. Ich kann jetzt einfach diese beiden Spalten marschen, Drennzeichen hier hineinnehmen, wie zum Beispiel ein Heerzeichen und dann zum Beispiel den Namen, das sage ich zum Beispiel, das kann man nehmen und einschmeißen. Und das war's. Das heißt, das war's, der hat jetzt für euch diese beiden zusammengefügt zum Castornehmen, ohne Formel, ohne Funktion oder sonstiges, einfach hier in diesem Dialog, wenn sie sich jetzt hier das zusammengefügt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel draufkommt, dass ihr genau das Gegenteil benötigt, also mit anderen Worten, es ist zum Beispiel aus 1, 2 machen wollt, also aufspritten wollt, zum Beispiel ein Posterzahle dort, man folgt beide Spalten dann nachher im Gericht ausfüllen. Dann habt ihr folgende Möglichkeit, ich gehe auf die Spalte, die ihr teilen wollt und klicke dann hier auf Spalte teilen, in dem Fall nach Drennzeichen und ich sage jetzt zum Beispiel hier, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel aufspritten nach dem ersten Leerzeichen, und genau das Gegenteil passiert, das heißt, er hat jetzt quasi aus einer Spalte zwei Spalten generiert, um da das Ganze sozusagen hier umzustellen und das ist natürlich schon absoluter Mehrwert, wenn ihr das überlegt, dass ihr das machen könnt, dass ihr hier quasi sozusagen das Ganze superlässig für euch so aufbereiten könnt. Das macht schon Sinn. Jetzt haben wir das hier oben gemacht und jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, die ich kurz zeigen möchte. Im Powerade, wie gesagt, gibt es noch einige mehr Möglichkeiten, wenn ich hier zum Beispiel hergehe und die Customer-Kante anspricht, könnte ich hier zum Beispiel im Format auf Großbruchstaben klicken, Großbruchstaben, was schon mal absolut sicher kein Nachteil ist. Hier, ihr werdet ihr sehen, dass ihr das Ganze hier in Großbruchstaben macht, und dann klicke ich hier drauf extrahieren und sage, ich brauche die ersten drei Zeichen, also die ersten drei hier und klick auf drei und das Ganze soll ich. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Wenn ihr das macht, die mit diesem Powerade arbeitet, ja, dann gibt es zwar kein Steuern und Zeit, kein Rückpartner und sonstiges, aber das hier auf der rechten Seite sind angewendete Schritte. Er schreibt euch quasi die Schritte einfach mit, die ihr macht. Das heißt, der letzte Schritt war hier, das mit diesem rausziehen, das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe, kann ich das sofort wieder hier rückgänge machen, und ich habe den letzten Status hier, das heißt, das ist quasi wie so ein VBA, hier bei Markus, ihr könnt es quasi diesen ganzen Status jederzeit abchecken, so sehen wir das Ganze lauft, ja, ihr bereitet einfach eure Daten vor. Das Ganze könnt ihr hier machen. So, wenn ich jetzt nochmal hierher gehe auf extrahieren, ich mache was anderes, und hier nochmal die ersten drei rausschneiden möchte ich von vorne, und jetzt, hier tue ich ein 2 rein, ja, weil, angeht, ich soll man sich hin wieder auch vertogen. Dann, sieht es so aus. Hier, jetzt war er, jetzt muss ich den Schritt aber nicht löschen, sondern ich kann auf dieses Zahnrad hier rechtsklicken, und kann dann hier aus 2, das heißt, ich habe jetzt hier mit diesem ganz, ganzen Schritten hier, die ich hier gemacht habe, Step by Step, und zwar im Basis in das Wort, dass die Datenquelle für mich aufbereitet, für mich vorbereitet, und das cool an dieser Geschichte ist, dass das völlig egal ist, was ihr hier macht, wenn ihr Spalte entfernt oder Spalten erstellt, oder das Format ändert, was auch immer, oder auch was herausfiltert, die Quelle bleibt so, wie sie ist. Die Quelle wird sich nicht ändern, das heißt, ihr habt da etwas Zwischenschritt zwischen der Quelle und eurem Bericht. Wenn ihr jetzt diese sogenannte Abfrage am Baubeil zurückgehen wollt, hier oben auf Start, dann habt ihr hier die Schallfläche hier schließen und übernehmen, und ihr könnt dann hier das Ganze zurückgeben, das heißt, diese Abfrage wird jetzt so, wie es ist, zurückgegeben am HWI, und ihr könnt genau mit diesen Daten jetzt arbeiten, die ich zuvor jetzt gerade eben hier im HWG für euch transformiert habe, das ist schon absoluter Mehrwert. So, ihr habt die Daten zu sich hineingenommen, und ihr habt Kastan Manuka, das ist genau das, was wir haben, die ganzen Files, die ihr seht hier mit meinen ganzen Änderungen, unter anderem, seht ihr hier Verlängerungen, und ihr schaut hier, wenn ich hier so das Ganze hier wechsle, dann werdet ihr sehen, dass ich hier auch das neue Feld hier habe, das ich erstellt habe mit Kastan. Das heißt, das ist echt lässig, was ihr machen könnt, um das Ganze hier für euch so aufzuwenden. Und dann natürlich im nächsten Schritt habt ihr die Möglichkeit, hier das Ganze in Visuals zu setzen, um den Bericht zu starten. Aber der erste Punkt ist einmal, dass ihr Daten reinladet und mit Datentransformieren, mit Power Queer eben die Daten vielleicht so aufzuwenden wollt. Wenn ihr jetzt zurückwechseln wollt in der Abfrage, dann könnt ihr hier auf Daten transformieren gehen, hier, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese beiden hier aufgesplittert habe, und ja, zum Beispiel die State Provinz nicht benötigen sollte, könnt ihr euch hier auch noch achtig mit der rechten Maus die Spalte entfernen. Das heißt, ihr wird aus der Abfrage entfernt. Die Spalte ist aus der Abfrage entfernt worden, nicht aus der Quelle. Das alles entfernt. Ich habe jetzt hier meine Abfrage hier, seht ihr den Namen? Ich gehe zurück zu Power Queer, zu Power BI und kann jetzt quasi mit diesen abgehendeten Daten sofort wieder arbeiten, weil ich in jeder Zeit zwischen der Welt Power Queer und dem Datenmodell in Power BI in den finanziellen kann. Das ist der erste Step, um eure Daten reinzuladen. Und in weiterer Folge, weil ihr das sehen, dass ihr noch weitere Daten hineinladen könnt, das heißt, ihr baut eure Datenmodelle immer weiter auf, für weitere Dateien, weitere CSV aus Excel, SQL, Access, Asia, SharePoint und bastelt dann ein solches Datenmodell zusammen. Das seht ihr dann im nächsten Teil dieser Serie hier. Das heißt, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder und wir sehen uns dann wieder. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.